So, jetzt bin ich beim Fetheim. Jetzt bauen sie gerade die letzte E40 ab. Hört innen, da steht der Turm noch. Jetzt kam ich hier noch richtig her, wie geil. Da oben ist hier noch drauf. Da liegen die Teile von der anderen Anlage. So, da hinten übrigens auch voll ein Jange. Da haben wir jetzt ein bisschen Flügel schon angebohrt. Die möchte ich mal hoch, ja. Achso, da hinten ist der dritte Turm. Also, was ist jetzt der dritte Turm? Das große Turm ist oben drauf. Ist richtig was passiert hier? Oh Mensch. Das ist so langsam mit dem Motorfahren. Und? Da unten? die jute anlage die neue dreht sich schon ein bisschen so was ist denn das? ich nehme eine stehe bei uns in den jarten die letzte demontiert dann ein bisschen schon und die leuten bleibt dann erstmal stehen die 40 wegs ne ne da unten gucken die männer gegen jetzt ist das ding bis anschlag schon fast wahnsinn gewaltig Egon so und zu meiner rechten sehen sie die andere anlage die ist 40 die abgebaut wird eine wird mehr aufgebaut eine wird abgebaut wahnsinn ey hier setzt es zu und da werden sie bestimmt das dritte blatt noch anhängen da ist kälter die sonne du die ist gut da oben wir haben die geilste sicht da 150 meter höhe bestimmt geil ey da kann ich tausend fotos machen da oben manuell bestimmt windig da oben ey da können sie sich mal die große drehen heute also sind das bis jetzt alles EW-105 anlagen keine EW-101 da haben sie eben rugelt die E40 nur bist du die kleinste hier im Windpark eine der letzten E40 anlagen die haben sie auch mit den großen gestellten mit der E66 glaube war das ja du kannst da ein paar Jahre ja es ist komisch wenn die da nicht mehr stehen müssen sie da in die Ohren hinstellen theoretisch ja können sie doch hin hin Platz ist ja leider habe ich nicht gesehen mit den Turmteilen was wir da oben noch raus sitzen damit die dann so riesig ist also sieht man jetzt schön den Flansch wieder zusammen ist jetzt vorne sozusagen wie so eine Narbe nicht eine Narbe sondern Narbe na Kinder schafft das dann noch da heute die Sonne abzunehmen oder ich habe noch viel vor so also das ist mein Volvo eigentlich heute noch mal schön da habe ich den nicht dazu gerade noch weiter ausräumen oben ich höre da keine ähm flachrohr dass sie festziehen die Schrauben oder sitzen die noch nicht richtig drauf aber Respekt dass sie die bei dem Wind hochziehen äh heftig dann bin ich über der Zwölfer die anderen anderen können uns fest ran und fast regulieren dann bin ich über der Zwölfer und fast regulieren also hey erst macht er alle auf einmal und jetzt pariert er nicht schwer gerade ich bin hier mal gespannter ich bin hier ich bin hier ich bin hier ich bin hier Jetzt ist es fucki zucki! Was ist hier denn so schnell? Da ist ein Verhänger drunter und weg! Ha! Da ist ein Verhänger drunter und weg! Ansonsten Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020